Mitglieder einer bekannten Motorradgang haben aus Skaugum private Gegenstände von hohem Kronwert und persönlichem Wert für die norwegische Königsfamilie gestohlen. Skaugum, die norwegische Königsresidenz von Kronprinz Håkon und Prinzessin Mette Marit von Norwegen, wurde ausgeraubt. Laut der norwegischen Nachrichtenagentur Seeu Hör ereignete sich der Einbruch, nachdem Prinzessin Mette Marits Sohn Marius Borkheiby eine wilde Party im Palast veranstaltet hatte. Berichten zufolge haben Mitglieder einer bekannten Motorradgang private Gegenstände von hohem Kronwert und persönlichem Wert für die Königsfamilie gestohlen. In einem Video, das der norwegischen Zeitung vorliegt, filmt sich eine nicht identifizierte Person selbst, wie sie mit einem Segway durch das Privatgemach von Prinzessin Mette Marit und Prinz Håkon navigiert, das durchwühlt war und auf dem Boden verstreute Gegenstände lagen. Auch wertvolles Silberbesteck soll gestohlen worden sein. Die Nachricht kommt nur wenige Wochen nach der Verhaftung des 27-jährigen Sohns der Prinzessin im August, der Anfang dieses Monats eine zweite Verhaftung folgte. Borkheiby wurde am 4. August erstmals verhaftet und inhaftiert, weil er verdächtigt wurde, eine 20-jährige Frau, vermutlich seine Freundin, in ihrer Wohnung körperlich und psychisch angegriffen zu haben. Die Polizei in Oslo bestätigte auch, dass der König verhaftet und am 14. September mit weiteren Anklagen freigelassen wurde, nachdem er das Opfer angeblich trotz einer einstweiligen Verfügung von einer versteckten Telefonnummer auskontaktiert hatte. Skaugum gilt als sicherer und privater Rückzugsort der norwegischen Königsfamilie und ist seit 2003 das Zuhause des Kronprinzen und der Kronprinzessin. Nach dem Einzug renovierte das königliche Badesanwesen und verwandelte es in eine Ansammlung von Luxus-Apartments, um den Palast zu modernisieren. Es gab nur wenige Einblicke in das private Apartment des Kronprinzen und der Kronprinzessin in Skaugum. Während der Pandemie teilten die Royals während einer Videokonferenz ein Foto aus ihrem Homeoffice. Der Raum hatte ein schickes blaues Interieur mit Holzvertüffelung in der unteren Hälfte der Wände, während Kunstwerke und ein goldgerahmter Spiegel die dekorativen Details abrundeten.